Hallo, bevor du das Video startest, abonniere bitte meinen Kanal. Das Abenteuer der Teletubbies im Zaubergarten eines sonnigen Morgens spielten die Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po, zusammen im magischen Tabiland. Die Sonne lächelte und die Blumen wiegten sich fröhlich im sanften Wind, Zeit für Tabiland, sagte Po, als ihr Magen knurrte. Die anderen kicherten und rannten zum Tabby-Toaster, während sie ihren Tabby-Toast aßen, begann das magische Windrad sich zu drehen. Oh, sagte Lala. Das bedeutete, dass etwas Magisches passieren würde, die Teletubbies folgten dem Windrad zum Zaubergarten, wo sie einen funkelnden Regenbogenpferd fanden. Oh, sagten sie alle zusammen, erstaunt über die leuchtenden Farben. Neugierig und aufgeregt entschieden sie, dem Regenbogenpferd zu folgen. Unterwegs trafen sie auf ein kleines Häschen, das Hilfe brauchte, um nach Hause zu finden. Lasst uns ihm helfen, sagte Tinky Winky, und die Teletubbies führten das Häschen durch den Garten. Als sie weitergingen, begann der Pfad noch heller zu leuchten. Plötzlich fanden sie eine funkelnde Häschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017